Ja, immerhin hattest du fünf Frauen. Ja, damit hattest du fünf Momben mehr als Arsch und ich zusammen. Ich war zu einer besser als zu der anderen. Und das hat die andere mir dann immer übel genommen. Ja, aber immerhin waren sie dir ja alle erlegen. Das ist doch auch ganz schön in der Erinnerung. Ja, aber nur, weil ich so gut aussah und immer der Fröhlichste war. Guten Morgen. Toll. Hallo. Wenn ihr Geld habt, sehen wir uns wieder. Martin, ich bitte die Person in unseren Besuchersenken. Dass ich hier der Wirk bin und nicht der Dorfdepp. Vielleicht sollte ich eine Runde ausgeben. Ja, bitte. Ich bin völlig entfremdet vom Geld, kann man so sagen. Willst du damit andeuten, dass du heute wieder nicht bezahlen kannst? Dass du das jetzt überhaupt noch fragen kannst. Und du? Ja, du hast doch die traurige Geschichte gerade mit eigenen Augen gehört. Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Ja, du hast doch Ich bin völlig entfremdet. Musik Der erste Gang kann in 10 Minuten serviert werden. Es ist ernst. Sehr ernst. Ah, meine Mutti hat mich jetzt gerade gerufen. Ja, ich muss dann auch. Machen wir uns auch auf den Weg, ne?